Ah, Pippi, bist du an der Spielzeugkiste? Hast du dir ein schönes Spielzeug ausgesucht? Pippi war nämlich heute beim Tierarzt und hat wieder ihre monatliche Spritze gekriegt. Willst du das stinke Kissen haben? Willst du das stinke Kissen haben? Uh, das ist so lecker. Wurdest du gelobt, weil du noch so schöne Zähnchen hast? Uh, das ist aber auch ein stinke Kissenpüppi. Ist erstaunlich gut drauf. Normalerweise ist er da immer ein bisschen müde nach der Spritze. Jetzt muss er erstmal auf Patrouille gehen. Gar nicht so ein schönes Wetter heute. Pippi. Was macht der Linus? Linus schläft. Vielleicht kann man ihn mit einem Würstchen wach machen. Möchtest du ein Würstchen? Möchte mein Linus ein Würstchen? Möchtest du ein Würstchen oder möchtest du nur Streichel haben? Du möchtest Streichel haben. Streichel ist dein Freund, ne? Jo. Oh, müde, Alcata. So, genug geschlafen hier. Es wird gestreichelt. Irgendwann mache ich mal ein Marathon-Video mit dir. Wer gibt er auf? Ich mit streicheln oder du mit gestreichelt werden wollen? Ich glaube, ich habe keine Chance. Ein Feiner. Oh, es regnet. Pippi. Linus, meinst du, da oben gibt es Mäuschen? Meinst du, da gibt es Mäuschen da oben? Da gibt es doch Mäuschen, Mäuschen. Ja, hör doch. Da gibt es doch Mäuschen. Bestimmt. Püppi, Mäuschen? Linus will Mäuschen oder will streicheln? Oh. Komm, hier ist die Bürste. Jo. Kopf über, Kopf über. Hier. Beat Tom Cruise in Mission Impossible. Das ist ein Stunt. Katamäusi. Bist du auch die Bürste? Püppi. Oh, ein bisschen schläfrig ist sie. Oh. Edler Rasselkater. Oh. Oh.